Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Samstag, der 31. Oktober. Tag des Reformationsgedenkens. Heute Abend, wie schon manches Jahr, predige ich mit dem evangelischen Stadtdekan zusammen in der evangelischen Hauptkirche. Wir teilen uns die Schriftauslegung. Das ist beglückend für mich, weil ich mir immer denke, wenn es damals schon so gegangen wäre, hätte es die Kirchenspaltung nicht gebraucht. Braucht es übrigens auch heute nicht. Heute ist außerdem der Gedenktag des heiligen Wolfgang. Der hat jetzt unselige Schlagzeilen gemacht, weil ein Unhold die Reliquien dieses Heiligen aus der Gründungsschicht des Bistums Regensburg gestohlen hat, aus der dortigen Kirche. Eine Schweinerei sondersgleichen. Wolfgang, um 930, im schwäbischen Pfullingen geboren, steht hier im Schott. Also der wackere Schwab beforcht sich nicht. Der ist in der Klosterschule von der Reichenau und dann in der Domschule von Würzburg erzogen worden. Und irgendwie hat seine Vita aufbewahrt. Er hat sich bei seinen Professoren in Würzburg durch seine Fragen unbeliebt gemacht. Also das ist etwas, was gescheiten und geistig unabhängigen Leuten in der Kirche Gottes öfter mal passiert ist, sich durch Fragen unbeliebt machen. Ich hoffe zu Gott, dass wir dahin kommen, dass sich unsere jungen Leute und anderen lernenden Leute bei uns durch Fragen beliebt machen und nicht unbeliebt. Und wir froh sind, wenn wir gescheite Leute haben, die uns herausfordern, statt uns aus der Hand zu fressen und unser Ego zu streicheln. Also jedenfalls kam er weiter, wurde dann selber Lehrer an der Domschule und Domdechant in Trier, wollte aber wohl seine Laufbahn so nicht fortsetzen, wurde Mönchen einsiedeln. Erinnern wir uns vielleicht an den Bruno, den Karrierekleriker, der dann Kathäuser wurde. Ging in die Mission, war dort kurz in Ungarn und kam 1972 auf den Bischofsstuhl von Regensburg. Und hat sich danach, wie es seiner Vita auch entspricht, um die Schulen verdient gemacht. Hoffentlich findet man seine Reliquien wieder und die Regensburger können geistlich Verbindung halten mit dem heiligen Wolfgang. Die Lesung, die Bahnlesung aus dem Philippabrief. Meine Brüder, auf jede Weise, ob in unlauterer oder lauterer Absicht, wird Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Aber ich werde mich auch in Zukunft freuen, denn ich weiß, das wird zu meiner Rettung führen durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu Christi. Darauf warte und hoffe ich, dass ich in keiner Hinsicht beschämt werde. Dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit, wie immer so auch jetzt, durch meinen Leib verherrlicht wird, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Im Vertrauen darauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen ausharren werde, um euch im Glauben zu fördern und zu erfreuen, damit ihr euch in Christus Jesus umso mehr meiner rühmen könnt, wenn ich wieder zu euch komme. Ja, also wieder so, so typisch Paulus, der ganz von sich selber wegkommen möchte und gar von Christus erfüllt sein will und auch wird. Aber sein Ego steht ihm eben trotzdem im Weg und immer wieder plopp ist es wieder da und steht ihm im Weg. Ja, macht ihm auch Schwierigkeiten. Aber ich liebe ihn dafür, er ist halt so ähnlich wie wir. Beim heiligen Wolfgang liegt bei mir ein Zettel im Schott, den habe ich vorher gefunden. Und ich finde, dass der genial auf das passt und das zusammenführt, was in dieser dynamischen Philippa-Brieflesung drin ist. Paulus mit seinen Hoffnungen und mit seinen Visionen, wie es in Zukunft weitergehen kann. Und das zieht ihn immer wieder aus seiner ja bedrückenden und schwierigen Gegenwart heraus, diese Zukunftskraft. Das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Also, das hat ein großer Verehrer von Paulus so aufgeschrieben, das war Martin Luther. Und da kann ich wirklich nur jedes Wort unterschreiben und ich denke, Sie können es auch. Es ist nicht das Ende, Gottlob, es ist aber der Weg. Gott segne und behüte Ihren Weg.